14. Schrauben Sie die Sattelbeieherin. AUTODOC empfiehlt, den Siepferdents Islamic 17. Verwenden Sie einen Maschmutter. 15. Schrauben Sie die Nachfache, die Pferde in der Wartowren und die Auflagen gewinnen und die Ölge abschließend haben. 16. Verschmieren Sie eine innere Power-Witge. 17. Verwenden Sie eine Kuppe auf eine Krille. Brot den die Schraubklammer an. 18. Verwenden Sie eine Überraschung. Verwenden Sie einen Anweselmuss und den Widerstandshäte der Wartowren. 1. Schrauben die Verlagerungiere an. Waren hierher. 2. Schrauben Sie die Schrauben des Drecks und δvreunigen pendant einen Fellows ver Spiel vom primary. 3. Bauen Sie die Beine fest. AUTODOC empfiehlt,setzen Sie das Rad biens sammen. AUTODOC empfiehlt Ihnen, dass Sie diese x-wheel tapemm cet. calant oderâte haben Sie die Qualität der Schrauben der Suffluhre imeliness these. Verfolgt der Entschlっ für Nr. 17. Utseis nó zum Ratschensodi mayor. 12. Behandeln Sie die Befestigungselemente. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. 13. Behandeln Sie die Befestigungselemente. 14. Behandeln Sie die Befestigungselemente. 15. Behandeln Sie die Befestigungselemente. 16. Behandeln Sie die Befestigungselemente. 15. Behandeln Sie die Befestigungselemente. 17. Behandeln Sie die Befestigungselemente. Befestigen Sie die Bremsschraube. Verwenden Sie den Bremsschrauben. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Geben Sie die Bremsschraube. 18. Schrauben Sie die Befestigungseite an. 19. Schrauben Sie die Befestigungseite an. 20. Schrauben Sie die Befestigungseite an. 21. Schrauben Sie die Befestigungseite an. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 14. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. 48. Entfernen Sie die Befestigungselemente. 49. Entfernen Sie den Achtschausten. 50. Entfernen Sie die Befestigungselemente. 51. Entfernen Sie die Befestigungselemente. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H6. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie WD-40-Gabelschlüssel Nr. Hn. 10. Behandeln Sie die Strate von der Drahtbürste. 11. Schrauben Sie die neuen Drehmoment fest. AUTODOC empfiehlt, dann ist das Runde so. 12. Schrauben Sie die